Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 in der Manager-Karriere mit dem FC Hansa Rostock. Nach einem kleinen Rückschlag gegen den FC Schalke 04, der uns 3 zu 1 schlagen konnte in der letzten Partie, müssen wir es jetzt besser machen gegen die Braunschweiger Löwen. Und ich muss vor allem auch sehr viel besser machen, indem ich besser rede. So, verzeiht mir, es ist spät. Ich kann nicht pennen und dachte mir, ach komm, nimmst du halt auf. So, Duomo und Cissé starten beide. Cissé, weil er lange nicht gespielt hat. Duomo, weil er sich ein bisschen beschwert hat. Äh, mal wieder. Der will halt unbedingt Stammspieler werden, aber ich kann ihm nichts anderes anbieten als eben die Joker-Rolle hinter Batista Maier. Was anderes funktioniert halt nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. So, Dan Scarlett ist warm geschossen und warm schießen muss man sich hier auch. Es schneit. Es schneit im Braunschweiger Stadion. Und Hansa Rostock beginnt. Und spielt direkt den Philpass. Cool. Krause. Und Wigget. Mit der Kopfabwehr zurück auf Luca Unbehaun. Ah, sehr stark, Duomo. Auf Chavis Simon. Der mit der Übersicht. Und dann ist es das 1-0 durch Dan Scarlett. Sechste Minute. Wir führen. Standesgemäß. Wobei eigentlich der Ball nicht so steil gedacht war, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn er halt so durch geht, dann umso besser. Scarlett mit seinem 16. Saisontor. Weiter auf dem Weg in Richtung Torjägerkanone. Schön gemacht von Wigget. Duomo. Navia. Scarlett auf Duomo. Ich meine, er ist ja wirklich kein schlechter Spieler. Aber dieses ewige Rumgejammer nervt halt. Otto. Oh, okay. Das wird als Foul gepfiffen. Und dann spielen sie es auch noch ins Abseits. Alles klar. Duomo. Pferdwomo. Und das 2-0 durch Scarlett, weil der Versuch von Duomo abgewehrt wurde. Aber der Engländer reagiert schnell und erzielt seinen Doppelpack innerhalb von 8 Minuten. Ja, sehr schön. Das ist dieses berühmte, wir müssen eine Reaktion zeigen. Nach einer Niederlage eben direkt wieder da sein. Und den Gegner früh unter Druck setzen. Sehr stark gemacht von Schumacher, wollte ich gerade sagen. Aber dafür kriegt er Geld. Da kam das Zeichen für die, ähm, für den Vorteil aber auch sehr spät, ne? Ich dachte wirklich, wir hätten das als richtig gute Grätsche gebracht. Das heißt, Schumacher muss jetzt aufpassen. Sonst endet das Spiel hier in Unterzahl. Zauner ist mal mutig und versucht hier was. Ich sag mal, sonst Zlatan hätte den schon irgendwie aufs Tor gekriegt. Nächster Ball für Scarlett. Oh, gut gemacht. Chavissimo. Und der war eigentlich so gut. Der war eigentlich so gut. Und dann dreht der sich im letzten Moment noch aus. Ah, das ist schön gemacht, Cissé. Und Scarlett. Nimmt nochmal Schumacher mit. Wieder Scarlett. Lavia. Romeo Lavia. Krause. Oh, stark gespielt. Multhaubt. Und der war nicht drin. Der war nicht drin. Schumacher. Der war einfach nicht drin. Twomo jetzt. Spiel nimmt gerade ein bisschen Fahrt auf, habe ich das Gefühl. Schumacher. Müssen wir es eindämpfen. Schumacher. Nicht mit dem 3 zu 0. Ja, Simon. Überhasteter Abschluss, weil ich gerade noch auf den Zweikampf gedrückt habe. Otto. Lautaro dazwischen. Und es geht direkt wieder in die andere Richtung. Twomo. Ja, gut durchgesetzt. Jetzt nochmal. Simon zum 3 zu 0. Also Twomo macht wirklich Spaß, wenn er sich denn eben mal nicht beschwert. Und sehr starkes Zuspiel und Chavissimo auch grandioser Abschluss. Überlegt ohne Gewalt einfach an dem Torhüter vorbei. Und der nächste Einsatz von Twomo. Beschwert. Oh Gott. Beschert Dane Scarlet den Dreierpack und das 4 zu 0 für uns. Mit ganz viel Glück allerdings. Er hätte es selber machen können, legt ihn aber nochmal rüber. Ja, okay. Dreierpack Dane Scarlet lange nicht mehr gemacht übrigens. Naja. Es gibt bestimmt auch Leute, die hätten da ein Eigentor gegeben. Und wir sind wieder vorne. Chavissimo zum 5 zu 0. Was ist denn hier los? 39. Minute. 5 zu 0. Wir ballern uns gerade das Torverhältnis wieder richtig. Was geht ab? Jetzt wissen wir, wie Karlsruhe sich gegen uns gefühlt hat, als die so abgegangen sind. Da war es am Ende ein 7 zu 0. Twomo. Wieder rausgelegt und das ist Cissé. Der hat Tempo. Und da fehlten leider so ein paar Zentimeter, um Scarlet anzuspielen. Girth. Oder Girth. Das hatten wir glaube ich schon mal, ne? Girth oder Girth. Ich glaube, er hieß Girth. Lavia. Twomo. Und Piat Womo mit dem Versuch. Bangso. Bangso. Keine Ahnung. Mit der Parade. Wird auch wichtig für ihn sein, mal einen Ball endlich rauszufischen. Und mit einem 5 zu 0 gehen wir in die Pause. Das kann sich sehen lassen. Hannover gegen Erzgebirge Aue 0 zu 1 aktuell. Und ich würde mal behaupten, wir wechseln. Ich würde Schumacher mal eben hier rüber packen, damit Schumacher dann eben runter kann. Und Huge werft da dann auftreten kann. Cissé kann die linke Außenbahn ruhig bedienen. Hat er ja auch schon öfter gemacht. Zweite Hälfte läuft. Oh, Grätsche. Aber die Flanke kommt trotzdem noch. Wird auf jeden Fall gleich nochmal ne gelbe Karte geben. Bei der nächsten Unterbrechung befürchte ich Twomo. Chavissimo. Der hat den Platz. Der hat den Platz. Bekommt auch nochmal die zweite Chance. Wunderschöne Fußabwehr. Multhaupt. Dwomo. Sehr gut. Und Scarlet. Schade. Kiewski. Und sofort sind wir halt wieder zur Stelle und wieder im Angriff über Dane Scarlet. Und der bringt den vierten Treffer nicht unter. Sieht nach einem Wechsel aus. Ja. Otto geht runter. Für ihn kommt die Nummer 10. Namens Kubinanski. Lavia. Aus der Distanz und wieder Bankso. Der hat aber auch nen Huf entwickelt, der Junge. Das ist ja Wahnsinn. Fun-Bag. CC. Und Womo. Legt nochmal auf. Ja gut. Romeo Lavia wird auf jeden Fall kein Goal. Ähm. Ja. Kein Torjäger mehr. Giert geht jetzt runter. Für ihn kommt Lauberbach. Oh, schöner Ball. Kubinanski. Und Simon. Lavia. Aber Pessen spielen kann er. Und wunderbar in den Lauf. Für Dane Scarlet, der sich jetzt revanchieren möchte. Und Dwomo mit dem 6 zu 0. 66. Minute. Pierre Dwomo trifft. Zum 6 zu 0. Und ja. Sehr gut gemacht. Von Scarlet. Und. Ich würde behaupten, das Spiel ist durch, liebe Freunde. Ich würde behaupten, das Spiel ist durch. Aber nicht so mit unseren Jungs. Die wollen weitermachen. Wollen was fürs Torfwältnis tun. Ich meine, im Grunde genommen müssten wir jetzt, ich glaube, 10 zu 0 gewinnen, damit wir wieder positiv sind. Äh, wieder positiv sind. Wieder auf dem Stand sind. Oder so. Vielleicht auch 7. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall gute Parade hier von Unbauern. Es gibt die Auswechslung nicht. Die habe ich gerade nochmal abgewehrt. Und Lauberbach. Wow. Da haben wir das 1 zu 6. Durch, äh, Wiebe. Aufgelegt von, äh, Lautaro Spatz, glaube ich. Oh Gott. Lautaro Spatz dann auf das Bein von Pascotzi. Und von da springt der Ball perfekt hoch. Damit Wiebe ihn mit dem Kopf unterbringen kann. Also. mehr ein Eigentor, als wirklich ein rausgespieltes von Braunschweig. Ja gut. Aber wir schenken Wiebe sein allererstes Saisontor. Ist ja auch irgendwas wert, bestimmt. Der hatte bestimmt irgendwie eine Wette am Laufen und jetzt hat er ein Kasten Bier gewonnen. Kubilanski. Ah, sehr schön. Dwomo. Krause. Kubilanski. Und Henning. Sowas kann jetzt aber auch eine Mannschaft beflügeln, wenn man mal ehrlich ist. Sollten das so schnell wie möglich wieder umkehren. Henning. Ich sag mal so, so ein 7 zu 1 sieht auch nicht schlecht aus da oben. So, Batista Mayer kommt jetzt für Dwomo. Gutes Spiel gemacht. Wir werden nochmal reden, Junge. Vielleicht auch mal deinen Vertrag überarbeiten und die Rolle ein bisschen anpassen. Batista Mayer sofort im Spiel. Sofort mit der Chance. Gelingt leider nicht. Und dann steht Cissé im Abseits. Buromo kommt jetzt nochmal für Vandenberg. 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 Navia. Uh, schade. Oh, Wigget sehr, sehr stark. Macht richtig Freude in den letzten Spielen. Ah, schade. Hugelweff rutscht weg. Wir wissen alle, dass er den Ball sonst gehabt hätte und Zauner kriegt ihn nicht rechtzeitig vor der Linie. Gestoppt. Burma. Ah, schade. Cissé kommt zwar dran, aber in der Mitte hat keiner damit gerechnet. Abseits. Ja gut, aber ich sage mal so 6 zu 1. Wenn es so bleibt, nehme ich gerne mit. Und Braunschweig macht jetzt auch ein bisschen dichter hier. Zeigt eine deutlich andere Seite als noch in der ersten Halbzeit, aber das wird hier nicht mehr reichen, um noch groß was rauszuholen. Außer ein 2 zu 6. Lauberbach. Jetzt werden sie kreativ. Aber es ist schon die letzte Minute der Nachspielzeit. Wir müssen trotzdem aufhören, uns so noch die Dinger zu fangen. Naja, wobei man auch sagen muss, gut gemacht von Henning, den Ball so abzuschirmen von Luca Unbehauen und gleichzeitig ihn dann so weiterzuleiten. Aber ja, 2 zu 6. Batista Maier nochmal mit einem weiten Schuss, der aus der eigenen Hälfte immer sehr komisch aussieht. Am Ende steht es dann 6 zu 2. Dieser Mann hat drei Tore erzielt und dafür vier Schüsse gebraucht. Hat aber, glaube ich, mit seinen ersten drei getroffen, wenn ich wenn ich das gerade richtig überlege. Ja, auf jeden Fall eine starke erste Halbzeit mit dem 5 zu 0 und am Ende siegen wir eben mit 6 zu 2. Oh, Pässe sind ungefähr gleich viele. Finde ich sehr gut und wir gehen mal in die Analyse nach dem Spiel, gehen ins Interview und sehen, dass Aue 2 zu 0 in Hannover gewonnen hat. Gratulationen gehen daraus und jetzt bitte mal ein paar Fragen. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Ja. Der nächste Sieg. Hat Eintracht Braunschweig ihrer Meinung nach gut gespielt? Mir war von der ersten Sekunde an klar, dass wir das gewinnen werden. Wer soll uns denn jetzt noch aufhalten? Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet, äh, sie auch? Das war heute ein enges Spiel zwei ausgeglichener Teams, aber wir haben uns durchgesetzt. Das Ergebnis drückt das gar nicht mal so richtig aus. Danke für das Gespräch. Ja gut, wenn du die letzten zehn Minuten siehst, bestimmt. So, wir stehen wieder auf der zwei, aber alle anderen müssen diesmal noch spielen, also genau ist, äh, genau andersrum als beim letzten Mal. wir bleiben auf der drei. Immerhin etwas. Heidenheim hat jetzt Fürth eingeholt, aber mit einem Sieg könnten wir da schon wieder rüberspringen. Oh Mann. Gut, wir gehen mal rein. Äh, danke, dass Sie mir vertrauen, obwohl ich keiner der Top-Spieler bei diesem Verein bin. Stolz auf dich. Deine Einsatzfreude ist großartig, das macht mich richtig stolz. Ich freue mich drauf, mehr von dir gezeigt zu bekommen. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Es freut mich, wieder spielen zu können. Wir haben in den letzten Spielen gesehen, wie wichtig du für die Mannschaft bist. An deinem Potenzial habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Das ist richtig. Das ist komplett korrekt. So, nächstes Spiel gegen Düsseldorf wird wieder ein bisschen enger, denn die stehen auf der 6 aktuell. Und keiner von denen da oben hat gespielt. Geil. Gucken wir mal, gegen wen sie alle spielen. Wer wird denn wichtig? Kiel muss gegen Fürth ran. Die nehmen sich also hoffentlich wieder ein bisschen Punkte weg gegenseitig. Und Heidenheim gegen Nürnberg. Leute, wir haben gerade so Glück. Wir haben so Glück. Also die ersten 6 spielen alle gegeneinander. Paderborn muss gegen Turguchi ran. die sind ja auch immer noch mit im Rennen. Also ja, von den Plätzen 1 bis 7, da sollte man sich alle Spiele am besten angucken. Ich bin sehr gespannt, wie es eben dann in der nächsten Partie aussieht gegen Düsseldorf. Bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. bis dahin und ciao.